Weiter geht es in unser iX12-Reihe mit der Bedienungsanleitung. Ein richtig tolles Feature der iX12 ist, dass ihr die Bedienungsanleitung hier auf diesem Monitor lesen könnt. Ihr könnt auch in der Anleitung navigieren und bestimmte Themen aufrufen. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Aus dem Hauptmenü heraus drückt ihr auf die Systemeinstellung. Dann seht ihr das Auswahlmenü mit den Einstellungen, Systemkonfiguration, Produktinformation, Kalibrierung und Manual. Da heißt es dann, bitte klicken Sie lang, um das neueste Manual herunterzuladen. Damit es nicht ganz so lange dauert, habe ich das mal schon für euch gemacht. Und dann erscheint die Bedienungsanleitung. Ihr könnt in der Bedienungsanleitung scrollen. Oder aber auch, was ich wirklich cool finde, per Druck auf den entsprechenden Eintrag in der Anleitung gehen. Mehr Informationen und auch diese Serie, wie immer zum Nachlesen, könnt ihr auf www.horizonhobby.de sehen.